Heute schaut hier, Porsche 918A, ein Traum vom Design eines Sportwalkers, ganz selten. So, der Design ist hier und willkommen. Da bin ich jetzt sehr gut. Die Zähne haben Zeit werden können, weil da schaltet am Start natürlich die Elektromotoren zu. Und man kriegt es da richtig vorne. Das könnte auch schneller sein. So, links Porsche 918, rechts Ferrari 488. Schauen wir, was der Porsche macht. Die 10er Zeit muss sein, muss sein für so viel Geld. 10.5, 10.4, aber 10.04, das ist natürlich jetzt das Wetter, Ehrgeiz angeengt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.